Bitte schön. Danke. Wir als Grüne haben einen Grundkonsens und dieser Grundkonsens besagt, dass wir natürlich für die Menschenrechte, dass wir für die Menschenrechte einstehen wollen. Und zu den Menschenrechten gehört auch die Bewegungsfreiheit, das Recht sich zu bewegen. Wir haben innerhalb der EU eine Freizügigkeit. Das bedeutet Schengenraum, dass sich Menschen innerhalb der EU frei bewegen dürfen. Dieses Ziel wird seit kurzem, wie ihr alle wisst, auch angegriffen. Cameron in der UK sagt, man muss diese Freizügigkeit eingrenzen. Unser Bundesinnenminister sagt, wir müssen diese Freizügigkeit eingreifen. Es kann nicht sein, dass Leute aus Rumänien oder Bulgarien hier nach Deutschland kommen. Diese Freizügigkeit innerhalb der EU wird noch geschützt. Was ist aber zur weltweiten Freizügigkeit? Warum verbieten wir Leuten, nach Europa zu kommen? Gerade wir in Deutschland haben doch die Geschichte, dass wir als Deutsche in alle Welt hinausgehen. Sei es jetzt zum Tourismus, sei es in der Vergangenheit, dass wir nach Amerika, nach Südamerika, nach Nordamerika ausgewandert sind. Aus den diversesten Gründen. Sei es nun, weil wir hier in Deutschland verfolgt wurden, sei es, dass wir hier keine Nahrung bekommen haben. Warum sprechen wir jetzt dieses Recht, Menschen in aller Welt ab, dorthin zu gehen, wo sie sich eine neue, bessere Zukunft aufbauen wollen? Hier in Deutschland gibt es sehr viele Flüchtlingsproteste, sehr viele Flüchtlingsbewegungen. Teilweise sogar schon seit vielen Jahren, teilweise sogar Jahrzehnten. Seit Jahrzehnten kämpfen hier in Deutschland Flüchtlinge für ihre Rechte. Sind sie im allgemeinen Straßenbild präsent gewesen? Haben wir mitbekommen, dass es schon seit vielen, vielen, vielen Jahren diese Proteste gibt. Gab es dazu Zeitungsartikel? Es gab vielleicht dann und wann etwas, aber es waren sehr verschwindend wenige. Die Normalbevölkerung hat es, oftmals hat man diesen Eindruck, ganz einfach nicht gewusst, dass innerhalb der Gesellschaft an Stadtrenten, in Dörfern, mitten im Wald, in ehemaligen Kasernen, Leute leben. Aber seit Kurzem, seit ungefähr einem Jahr, ist es, glaube ich, jedem in Deutschland aufgefallen, dass wir hier in Deutschland eine inhumane Flüchtlingspolitik haben, dass Leute gezwungen werden, weit ab von der Gesellschaft zu leben, dass Leute nicht arbeiten dürfen, dass es ihnen verweigert wird, Deutsch zu sprechen oder Deutsch zu lernen. All das ist, glaube ich, mittlerweile jedem Deutschen klar geworden. Und woran liegt das? Es liegt unter anderem daran, dass seit ungefähr einem Jahr am Oranienplatz Flüchtlinge die Möglichkeit bekommen, ihre Forderungen nach außen zu tragen. Der Bezirk hat es ermöglicht, dass dort ein Protest sichtbar gemacht wird. Kommst du bitte langsam zum Ende, Gassier? Ja, noch ein, Gassierberg. Gassierberg. Und, jetzt muss ich es abkürzen, man sieht eins, wenn man sich anschaut, wie oft Asylanträge angenommen werden, wir alle wissen, dass es eine verschwindend geringe Anzahl ist. Wenn man sich dagegen anschaut von den Leuten, die für ihre Rechte einstehen, die für ihre Rechte kämpfen, sehen wir, dass die Leute, die protestieren, dass die Leute, die kämpfen, deutlich höhere Chancen haben, akzeptiert zu werden, als die Leute, die irgendwo sitzen und darauf warten, dass ihre Anträge angenommen werden. Dementsprechend kann ich nur plädieren, dass wir es eindeutig sagen. Leute, die lautstark protestieren, haben höhere Chancen, ihre Rechte wahrgenommen zu werden. Und deswegen müssen wir alles tun, damit diese Leute weiterhin lautstark protestieren können. Vielen Dank. Dankeschön. 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 Dankeschön.